Neben mir sitzt eine Experte für Karriere, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Ihr Name ist Angela Babel und ich freue mich sehr, dass sie jetzt neben mir sitzt. Hallo, liebe Angela. Hallo, liebe Alisa. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, weil wir sprechen heute über so ein wichtiges Thema, was uns im Grunde ja alle betrifft. Wie ist aktuell der Stand? Wie wird Führung gelebt? Wo gibt es positive Seiten? Wo, sagst du aber auch, haben wir deutliches Verbesserungspotenzial? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil Führung ist sehr schwierig geworden. Dadurch, dass die Anforderungen jetzt alle neu sind, es tut sich neues Konfliktpotenzial auf. Altes, Althergebrachtes kann nicht mehr so gelebt werden. Alte Konzepte greifen nicht mehr. Und insofern müssen die Führungskräfte ganz neu umdenken, müssen sich wieder neu aufstellen. Denn, weißt du, wenn du andere Menschen agil führen willst und du bist es selber nicht, das ist schlecht. Ja, total. Jetzt bist du schon unglaublich lange auch in diesem Bereich tätig. Wie lange ist es nochmal genau? Ja, ich bin seit 20 Jahren Coach für Karriere und Führung. Und da ich die Laufbahn selber durchlaufen habe, also bis auch in die Geschäftsführung, selber Organerfahrung habe, kenne ich mich auf der Seite ganz gut aus. Wie kam es dann bei dir dazu, dass du die Seite gewechselt hast? Es kam dazu, weil ich habe in meinem Leben immer Führungskräfte erlebt, die nicht ganz so dolle waren. Und ich habe immer gedacht, das muss doch besser gehen. Habe mich natürlich auch bemüht, das selber besser zu machen. Habe ich hoffentlich auch hingekriegt. Und habe mich dann qualifiziert, war zunächst im Trainingsbereich, habe bei vielen Unternehmen die Führungskräfte trainiert und bin dann im Coachbereich gelandet, im Coachingbereich, wo ich die Menschen eins zu eins oder auch in kleinen Programmen trainiere, sozusagen, beziehungsweise coache. Was ist denn so deine Beobachtung? Was sind denn so die meisten oder häufigsten drei Fehler, die die Führungskräfte begehen? Ja, ein Punkt ist, dass viele Mitarbeiter bemängeln, mein Chef hat eigentlich gar kein Interesse an mir. Das liegt häufig daran, dass Gespräche zwischen Tür und Angel geführt werden. Das liegt daran, dass die Führungskraft viele Sachen im Kopf hat und dann eben gerade nur mal so im Vorbeigehen zuhört. Und das hinterlässt eben bei den Mitarbeitern den Eindruck, der hat eigentlich gar kein Interesse an mir. Der ist nur daran interessiert, dass wir den Job gut erledigen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass es Führungskräfte gibt, die, ich sag mal, den Gedanken haben, wenn ich doch jetzt Führung bin, eigentlich muss ich mich doch besser auskennen als meine Leute. Eigentlich muss ich doch der Spezialist sein. Und tatsächlich ist es aber so, dass du bist ja der Leader. Also das heißt, du führst ja die Menschen. Die Menschen sind die Spezialisten und du bist derjenige, der sie führt, der sie zu Erfolgen führt, der sie zu sehr guten Ergebnissen führt, mit dem sie gemeinsam ihre Ziele erreichen. Und das ist die eigentliche Aufgabe desjenigen, der Abteilungsleiter oder Bereichsleiter beispielsweise ist. Ja, unbedingt. Mit wem arbeitest du konkret zusammen im Unternehmen? Ich arbeite mit den Top-Führungskräften. Das kann Vorstand, Geschäftsführung, Bereichsleitung sein. Das ist so die Breite. Und was für eine Art von Unternehmen ist es dann? Das kann Konzern sein, das kann Mittelstand sein, beides familiengeführte Unternehmen. Also da bin ich in allen zu Hause sozusagen. Wie kann ich mir die Zusammenarbeit konkret vorstellen? Über welchen Zeitraum läuft das auch? Ist das digital? Ist das Präsenz? Das ist ganz unterschiedlich. In meinem Programm 4 Leaders zum Beispiel, das ist ein Programm, was über vier Monate geht. Das besteht aus Präsenzcoachings, Präsenzseminaren, aus Online-Seminaren und aus persönlichen Coachings. Warum ist das vier Monate? Weil es ein ganzheitliches Programm gibt. Das heißt, es geht nicht darum, ich lerne irgendetwas, dann komme ich voll motiviert wieder in mein Unternehmen zurück. Und nach zwei Wochen ist alles verpufft, weil ich bin ja wieder in dem alten Genre sozusagen. Sondern hier arbeiten wir sehr ganzheitlich und nachhaltig natürlich. Und das erfolgt eben in diesen Präsenzseminaren online und auch im Persönlichen. Und das Programm, was du gerade angesprochen hast, 4 Leaders, ist das dann für einzelne Personen oder richtet sich das dann auch direkt an die Unternehmen? Das richtet sich zum Beispiel an die Unternehmen, die ihre Teams zum Beispiel in dieses Programm schicken können, einbuchen können. Das richtet sich auch an Einzelpersonen, die sich natürlich dafür entscheiden können, wenn sie gerne an ihrem Leadership arbeiten möchten, wenn sie sich da neu aufstellen möchten. Und dann sind das Gruppen so ungefähr um die 15, 20 Personen, die dann zusammenarbeiten. Jetzt hatten wir es vorhin schon mal ein bisschen angerissen, dass natürlich die ganze Arbeitswelt sich aktuell transformiert und ganz viel Neues passiert. Was beobachtest du? Was gibt es auch auf einmal für Konflikte? Ja, es sind eben diese Konflikte, ich sage mal zwischen, die Modernisierung ist noch nicht ganz angekommen und viele sind ja auch unsicher. Wie geht das jetzt? Was muss ich jetzt machen? Und eben dadurch, dass die vielen alten Tools, die man so hatte, eben nicht mehr greifen in dieser schnellen, modernen Welt. Weil wir müssen eins, es gibt nur eine Konstante und das ist die permanente Veränderung. Und das ist eben auch das, worauf sich viele Führungskräfte einstellen müssen und das fällt manchem nicht ganz leicht. Dieses wirklich immer dabei zu bleiben, ich verändere mich mit, ich bin flexibel, ich bin agil und so weiter. Und das ist eine Schwierigkeit. Stellst du denn auch fest, dass wirklich jeder im Unternehmen Führungskraft werden kann mit einer entsprechenden Ausbildung? Oder muss man gewisse Kompetenzen einfach auch schon von vornherein mitbringen? Also es ist sicherlich so, dass es Menschen gibt, die sich als Führungskraft eher eignen als andere. Das hat natürlich auch mit dem Willen zu tun. Will ich das überhaupt? Fühle ich mich bereit dazu? Ich meine, man kann sich natürlich viele Kompetenzen aneignen. Und trotzdem ist aber natürlich auch die Persönlichkeit und der Willen, den ich habe, ist schon gut, wenn man den hat. Und wenn ich meine Persönlichkeit stärke, weil machen wir uns nichts vor. Führung bedeutet Selbstführung. Und wenn ich mich selbst gut führe, dann kann ich auch andere Menschen gut führen. Und das ist das A und O. Kannst du da vielleicht mal einen Tipp geben für alle, die auch gerade zuschauen? Wie schaffe ich es, mich selbst zu führen? Auf was muss ich achten? Was ist da wichtig? Ja, wenn ich mich selber führen möchte, dann, das fängt zum Beispiel auch an bei den Werten. Was für Werte habe ich und wie lebe ich meine Werte? Trage ich meine Werte in das Unternehmen und lebe ich sie vor allen Dingen auch dort? Ja? Oder verstecke ich die mal schnell in meiner Aktentasche und im Unternehmen bin ich dann ganz anders? Also sich das bewusst zu machen. Was habe ich für Werte? Was möchte ich transportieren? Wie möchte ich angesprochen werden? Welchen Respekt möchte ich das andere mir zukommen lassen? Und mache ich das Gleiche auch bei anderen? Behandle ich sie respektvoll? Behandle ich sie wertschätzend? Nehme ich mir Zeit für sie? Und im Grunde genommen ist das das gleiche Programm, was wir auch für uns anwenden müssen. Möchte ich mir Zeit für mich nehmen? Nehme ich mir die Zeit für mich? Behandle ich mich respektvoll? Denn eins ist auch klar, die einzige Person, die uns von der Geburt bis zum Tod begleitet, das sind wir selbst. Und wenn wir selbst nicht gut mit uns umgehen, wer soll es dann tun? Das stimmt. Und das Thema Selbstführung ist ja auch so enorm in den Fokus nochmal gerückt, dadurch, dass viele Teams auch ins Homeoffice umgesiedelt sind und man natürlich viel selbstdisziplinierter sein musste. Was sind da deine Beobachtungen? Läuft das gut? Läuft das nicht so gut? Absolut. Also da hat sicherlich ein Wandel stattgefunden. Dass es jetzt fühlen sich die Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, wieder wohl im Homeoffice und sagen, ja, ich finde es gut. Und ich denke auch Homeoffice wird aus der Zukunft, das ist nicht mehr wegzudenken, das wird einfach so bleiben. Trotzdem wird es aber so sein, dass es auch eine gewisse Präsenz im Unternehmen, dass sie einfach notwendig sind, um diese Kontakte nicht zu verlieren, weil es ist schon ein anderer Kontakt, der persönliche, so gut auch der Kontakt im Online ist, ohne Frage. Den kann man ja auch aufbauen. Also auch da ist die Führungskraft gefragt, eine gute Atmosphäre aufzubauen, zum anderen das Ganze interessant zu gestalten, zu gucken, dass er die Leute gut führt, dass er da einen guten Boden bereitet. Und trotzdem ist es auch wichtig, dass man diese Präsenz im Unternehmen wieder hat. Also es wird beides geben und die Führungskräfte sind im Moment so, mit denen ich zu tun habe, dass sie sich über ihr Homeoffice freuen, weil sie sagen, ja, ich arbeite nicht weniger, aber ich muss nicht mehr hinfahren, ich kann gleich morgens an meinen Laptop gehen. Und sie empfinden das als sehr angenehm. Was würdest du denn sagen, was sind so ganz wichtige Parameter, damit auch die hybride Führung, sprich, ich habe ein halbes Team, vielleicht auch im Homeoffice sitzen, das andere Team sitzt zusammen im Büro. Was muss ich da als Führungskraft auch beachten, dass genau dieses Konzept auch funktioniert? Also was sicherlich ganz, ganz wichtig ist, ist eine richtig, richtig gute Atmosphäre auch herzustellen. Die Atmosphäre herzustellen, dass sich die Leute mitgenommen fühlen, dass sie sich angesprochen fühlen. Es muss ausreichend Kontakt geben. Und da fängt es schon wieder an. Wenn ich in meiner Persönlichkeit nicht so gestrickt bin, dass es mir leicht fällt, diesen Kontakt herzustellen, dann wäre es sicherlich wichtig, dass ich an mir selber arbeite, dass ich das erkenne auch. Und dass ich da völlig leidenschaftslos drauf schaue. Es ist, wie es ist. Also was kann ich tun, um meine Führungskraft in dieser Hinsicht zu verbessern? Also Atmosphäre, Atmosphäre, Atmosphäre. Und dann geht es halt eben los, den Kontakt nicht zu verlieren, kleine Meetings zu machen, kleine. Und das kann bis Meetings in den persönlichen Bereich gehen, wo man ein Weintasting mal macht oder mal ein Biertasting oder, oder, oder. Lass uns da gerne mal ganz konkret drüber sprechen, weil ich glaube, viele stellen sich diese Frage, was da das angemessene Maß ist. Ist es so, dass man täglich miteinander sprechen sollte? Sollte man sich irgendwie einmal die Woche einen Show fix sitzen? Weil viele haben ja immer diesen Zeitfaktor im Nacken und denken, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Was empfiehlst du da? Ja, ich denke, das Wichtigste ist Qualität. Und wenn der Zeitfaktor im Vordergrund steht und ich habe überhaupt keine Zeit, mit den Leuten zu sprechen, dann macht es keinen Sinn, dass ich mal, ja, dass ich dann einfach so zwischen Türen angele. Man kann aber diese Online-Dinge, kann man beschränken. Das heißt, ich kann auch sagen, okay, da plane ich weniger Zeit ein, da sprechen wir uns mal für zehn Minuten, einfach um ein Catch-up zu machen zum Beispiel, um mal zu hören, wie ist es gerade, wo steht ihr gerade, ganz kurz, Blitzlicht. Und dann, wenn man ein größeres Zeitfenster hat, dass man dann einfach auch ein größeres, einfach ein größeres Meeting dann veranstaltet. Aber es ist schon so, dass man über die Woche mehrere Kontakte haben sollte und tatsächlich einmal pro Tag ist schon auch sehr hilfreich. Jetzt lass uns doch mal über dich sprechen, weil du bist ja seit 20 Jahren in diesem Bereich selber tätig. Was würdest du denn auch sagen, was du schon an Erfahrungen gesammelt hast, was unterscheidet dich heute von anderen Coaches in dem Bereich? Ja, was unterscheidet mich? Also mich unterscheidet sicher, dass ich auf der einen Seite selber eine langjährige Topführungsgeschichte sozusagen in meinem Lebensrucksack habe, bis hin zur Organschaft. Das ist die eine Geschichte. Das heißt, ich kenne also die Wege im Unternehmen. Ich weiß, wie es ist, wenn man die Karriereleiter beschreitet. Ich kenne Führung aus eigenem Erleben. Auf der anderen Seite habe ich die psychologischen Aus- und Weiterbildungen. Das heißt, da führe ich beide Sachen zusammen. Und es kommt noch eine dritte Ebene hinzu. Im Moment ist es ja sehr in Spiritualität und das wird auch sehr viel mehr werden. Tatsächlich habe ich auch eine spirituelle Laufbahn hinter mir. Ich habe eine siebenjährige Ausbildung gemacht bei einem Schamanen, habe zwei Bücher darüber geschrieben. Und das sind natürlich auch Dinge, die, wenn es nach mir geht, ich sehr gerne einbringe ins Management. Weil ich glaube, ja, ich glaube einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist heute und in welcher Form. Es geht ja nicht darum, die Trommel zu schlagen im Unternehmen. Das ist ja nicht gefragt. Aber es geht da um Dinge wie Atmosphären herstellen, Wertschätzung, Respekt und die Ganzheit mit einzubeziehen. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Was auch jeder Manager tun kann, wenn er bewusst ist. Das bedeutet gar nicht so viel Veränderung. Das bedeutet auch nicht, dass man jeden Tag räuchern muss, wenn man ins Büro kommt, um erstmal die Atmosphäre zu reinigen. Das kann man machen. Aber das, was ja eigentlich gemeint ist, das ist ja, dass du deine Persönlichkeit veränderst. Und dass du eigentlich zu dem wirst. Und da möchte ich einfach mal sagen, zu dem wirst, der du eigentlich bist. Weil im Inneren sind wir das alle. Und wir haben uns nur mit der Zeit, haben wir uns so eine Hornhaut zugelegt. Wir haben uns so ein Funktionieren zugelegt. Und wenn wir das mal alles wieder wegklopfen und dann der sind, der wir sind oder die sind, die wir sind, dann läuft in unserem Leben sicherlich sehr vieles besser. Wenn du in die Zukunft blickst, glaubst du, dass wir das schaffen können, dass wir diese Hornhaut, wie du es gerade so schön gesagt hattest, auch wirklich schaffen abzulegen? Ich hoffe es sehr. Und ich verstehe meine Arbeit so, dass ich daran arbeite. Denn, weißt du, Alisa, tatsächlich ist es so, wir sind unsere Zukunft. Und wenn wir das nicht machen, wer denn dann? Ja, so ist es. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da warst. Und danke, dass du so vielen Menschen dabei hilfst, dass es einfach ein schöneres Miteinander auch im Unternehmen sein kann. Danke dir. Ja, ich bedanke mich auch sehr. Herzlichen Dank, hat mir sehr gut gefallen hier. Mir auch, danke. Danke, Alisa.